Moin. Moin, da ist noch einer. Ich komme gleich rüber. Ich habe vergessen anzumoderieren. Wir wollen heute ein Video drehen am Hofteich Frankenhausen. Der Hechtpose liegt schon hier drüben. Köderfischl habe ich schon rausgestippt. Ich habe auch meine 4m Stippe jetzt noch hier, um ein bisschen weiter Köderfische zu holen. Schleie, Karpfen, irgendwas besseres. Mal schauen. Wir haben heute zwei Angelstellen und Wind ist. Mal gucken was wir filmen können. Da ist er. Hi Freunde, hallo. Was hast du draußen? Du hast den Messelfieder hier rüber geschmissen. Komm zu der Inselreber. Ich setze mich mal zu dir. Da habe ich zwei Knobbis drauf und vorne auf dem Haken zwei kleine Dentros. Und auf der Posenrute hier auf der Große habe ich einen fetten Dauwurm. Die liegt hier vorm Gebüsch. Kannst du auch von mir drüben ganz gut beobachten. Ja. Weil mit der Stippe hau ich nicht so weit raus, dass wir uns da ins Gehege kommen. Genau. Die Nervensägen sind da. Furchtbar. Du kriegst das nicht von der Backe. In so einem Dapp. Gut, wir probieren mal bitte. Andy will wieder. Einen schönen großen fetten Karpfen. Hoffentlich klappt es heute. Natürlich. Einen Aal vielleicht. Ich zeige jetzt nur einen Dauwurm. So ein Aal. Richtig fett. Genau, ich probiere auf Hecht und ein bisschen wie gerade schon gesagt Schleierrotfeder. Ja. Dann gucken wir mal. Dass wir uns nachher hoffentlich mit Fisch und nicht mit Blesshuhn zurückmelden. Oh, Moment. Moment. Und heute und morgen haben wir Zeit zum Angeln. Wir haben kein Limit. Und morgen freuen wir uns schon mit den Jens und den Alex. Hoffentlich klappt das ja. Ich sehe den Jens schon wieder grinsen. Gut. Wir angeln ein bisschen und melden uns nachher hoffentlich mit Fisch bei euch. Jawohl. Bis dann. Na Freunde, darauf haben wir es abgesehen. Ich zumindest. Schönes Rot auch, gell? Ich messe es gleich mal. Dann kommt es in den Setzkescher auf die Stippe. Also wie gesagt, der Olli innerhalb kürzester Zeit im Zweiten. Schöne, nur wunderschöne Rotfeder. Ich glaube Rotauge wieder. Rotauge oder Rotfeder? Ne, Rotauge. Ja, Rotauge. Schöne Größe. Deswegen bin ich hier, weil ich will wieder ein bisschen Rotfischsauer einlegen. Oh ja, Bratfischl machen. Zeig mal her. Schönes Fischl. Wie groß ist er? Ist größer als die erste. Oh ja. Schöne Bratfischl. Oh ja. Schöne Bratfischl. Die kommt natürlich mit. Na ja, logisch. Davon bräuchte ich heute mal so 10. Du sie mal richtig. Mach ich hochhalten mal. Richtig Spaß. Ne, auch 25 wie die andere. Hallo. 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 Setzkescher. Jawoll. Schöne 25. Geil. Und Leute. Nummer 3. Von der schönen Größe wieder beim Olli auf der Stippe. Ja. Ja. Ja, hake sie erstmal ab. Ja, 24 die Gute. Perfekt. Wird schön gebrutzelt. Da wird das Sud vorher gemacht. Da werden die eingelegt. Also sauer eingelegt werden die. Ja. Und schmeckt hervorragend. Ist ja wie Brathering. wunderbar wunderbar wir machen weiter vielleicht geht noch was so weiß gerade gut klappt machen wir das mal so dass ich jetzt mal laufen lasse vielleicht haben wir Glück und kriegen einen Lifebiss mit drauf meine Montage heute ist ein 8er Gamagatsu Karpfenhaken den ist Blei unten dran weil der Wind bleibt bei der Montage ganz schnell fort dann hier noch mal ein kleinen Karabiner drüber dreimal Blei das müssten so 02er 03er sein und eine 1,2 oder 1,5 Gramm Hose glaube ich heute und tatsächlich fängt man die Rotvetter auf drei Hartmaiskörner heute und das sind diesmal habe ich mir beim Stolle letztes mal besorgt zu Honig Mais weil ich dachte Schleien mögen ja auch Honig und Rotvettern aber die Rotaugen wohl auch hallo genau die ziehe ich bis auf den Schenkel auf eins schiebe ich hoch auf den Wirbel auf den Schenkel wo quasi die Schnur dran ist dann hänge ich mir noch zwei so davor nur so ganz leicht angeritzt so geht auch Spaß raus vielleicht kriegt man ja einen Lifebiss drauf ist gerade schlecht so dann gucken wir mal ob wir was drauf kriegen Daumen drücken so einen kleinen Futterplatz hier gemacht das zeige ich euch dann nochmal was ich da angemischt habe ich kann bloß immer nicht anfüttern wenn die Bläshühner da sind die tauchen halt ohne auch die Köder dann hat man so einen Bläshuhn dran Andy hat auch gerade wieder ausgeworfen ich denke er hat jetzt Hühnerherzen drauf gemacht für Aal und tatsächlich fangen wir hier bei uns irgendwie die größten Aale Körks über ich habe es mir gedacht ich habe es gerade in die Kamera gesagt jetzt geht es los jetzt wird es heftig ein zwölfer oder? ne? jetzt haben wir sie dreiviertel eins dreiviertel eins dreiviertel eins schon jetzt könnten wieder die gemütlichen Nachmittagsstunden kommen wobei wir hier auch schon Nachmittags gute Fische gefangen haben jetzt gucken wir mal und da haben wir einen Livepiss einen Livepiss sollt es wieder etwas größer? das wird die Größe wieder sein denke ich oh lecker komm her ja ist wieder so eine große eine größere oh ja und wie es wieder schön ja mit dem Viech super Petri bitte Dank so Freunde hat es geklappt super wunderbar ist wieder lecker selbe Größe bis später läuft mit meinem Zielfisch heute geil heute klappt es echt gut deswegen wir gucken mal kurz zum Endy und schnacken aber gar nicht groß weiter weil ich gleich weiter angeln will ja ihr kennt das denn es mal heiß ne? bei dir leider auf dem Method Feeder noch nicht nein die Körpfen wollen noch nicht nein die stinkchen Herzen was hast du hier drauf jetzt? nein die sind nicht stinkig die sind frisch und Wurm noch mit drum oder was? nö nur nur das Herzen nur Herzen drauf ja mal gucken Vorsicht hör mich nicht mit nein doch dann kommt der riesen Waller der mich verschluckt wobei so dicke finde ich nicht hier gibt es auch was hast du jetzt drauf? die Knobis auf deine Method Feeder? ich habe jetzt wieder Knobi und mal so ein na hier die Bightlors Knobis drauf gekracht das war dieses Marshmallow ähnliche ne? ja mit dem Glitzer mit dem Glammer genau Glitzer und Glammer ihr kennt uns ne? ja das sieht man uns ja an Glitzer und Glammer die sind das jetzt auf die Messe drauf gehauen na gut ich düse wieder rüber denn ich will weiter angeln hoffentlich kommt heute bei dir mal noch der Zielfisch ich kann mich nicht beschweren geil wäre es natürlich wir holen echt noch ein Hecht raus oder einen Zander oder einen Zander wobei auf Stahlfuhrfächer sehr unwahrscheinlich also ich habe zumindest Stahl dran du hattest Hartmono dran ja da könnt es sogar klappen bei mir mit Stahlfuhrfach und der fetten Po sind wir das mit Zander wahrscheinlich nicht wobei es auch niemals nie ja nicht klar gut ich mache weiter bis später ja zum Futter wollte ich noch kurz was sagen das ganze sieht sicher aus ein paar Maden drinnen jetzt habe ich noch ein bisschen gesüßten Mais vor uns mit reingemacht und die Suppe dort mit rein gegossen ich sieb da auch nicht durch oder so hab da noch nie bisher erlebt dass es da irgendwie Probleme gab das ist so fein das knallt aufs Wasser auf und zerbröselt und zerfällt sofort geht wunderbar da habe ich ein Futter was so ein bisschen Woll gemacht dazu ein helles dazu ein dunkleres Grundfutter was ich da mit rein mich das ergibt dann eben den Ton da funktioniert zur Zeit ganz gut ein Dip mache ich mit rein da gibt es verschiedene Ananas Melone, Mango, Vanille schmecken lassen danke und genau das war es eigentlich schon manchmal habe ich noch so eine Geheimzutat die ich mit rein mache aber die verrate ich natürlich nicht heute habe ich mit Dendros zwei Madenboxen den Honig Mais und halt den ganz normalen Kaufhallen Mais den gesüßten Gold Mais und der Andy hat drüben habt ihr ja vor uns gesehen Hühnerherzen die Kölfis wisst ihr ja haben wir dann was hat es denn noch mit Knoblauchboilies Scopexboilies hat er mit Bananenboilies Bananendip Tauwürmer hat ich dir mitgebracht Bardentros hat ich da auch noch hingelegt und da probieren wir uns jetzt noch ein bisschen durch haben sie jetzt eben um einse ich musste mich jetzt hier schon ein bisschen entgleiten ich gehe hier ein in der Sonne der Andy hat es noch ein bisschen schön im Schatten allerdings ist der Wind manchmal noch ein bisschen frisch aber mit meinem schwarzen Pullover hier das halte ich in der Sonne nicht aus gut ich habe gerade zwei Dendros drauf gehabt mit dem Maiskorn davor da war ein richtiger Hebel bis auf der Montage an der Stippe ich habe angehauen war leider alles weg passiert und jetzt probiere ich noch so ein bisschen rum vielleicht mal wieder mit ein paar Maten oder so einem Matenbündel mal schauen drückt uns mal die Daumen dass wir noch einen schönen Fisch hier rausholen geil schönes Käferchen schönes Tier ne ja hier auf den Arm krabbelt er rum nach hier hier ich lege Schnürschuh den wird er jetzt gleich essen das werdet ihr sehen ja schöne Tiere ne guck euch das schöne die blauen Beine guck mal wie der aussieht herrlich geiler Fink guck euch das ein wo bist du denn hin wir nennen ihn Gary wir nennen ihn Gary 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 der Grüne ja komm her mein Grüne herrlich ja was wollte ich sagen genau die Hechtpose hatte ich jetzt mal hier vorne hingelegt neben den Busch war jetzt so nah hat es das letzte Mal ja auch geklappt ich hatte es jetzt mal am Anfang hier drüben dann hatte ich sie mal hier draußen immer ein Stückchen herangeholt jetzt liegen wir gleich hier vorne vielleicht will da dann der Hecht mal wir haben ja noch 4-5 Stunden vielleicht 6 da kann man mal noch so bissel hier ein paar Stellen abwerfen wir gucken mal ich will auch schon mal was essen bis denn ja Freunde mittlerweile habe ich 6 gute Plötzen um die 25 der kleinste ist 23 da Rest 25 ihr seht es zieht zu und wird wieder windig wir hoffen mal dass es noch ein bisschen hält wir wollen eigentlich noch 1-2 Stunden machen ja es wird windig wieder und zieht echt zu so schauen wir mal Besucher haben wir auch einen ganz süßen da die kleine Wasserratte die kleine Wasserratte die Radzahnen da haben wir mal was hängen hier vorne mal sehen bei mir hat sie ja schon Fischl geklaut beim Olli hat sie sich schon ein kleines Fischl gemopst und jetzt wollen wir mal gucken bei mir war sie jetzt gerade hier die ganze Zeit mal gucken ob sie sich das halbe Fischl holt schauen wir mal na gut schau mal fix in der Wetter App und dann gucken wir mal was das hier wird und dann gucken wir mal was das hier wird wobei hier drüben sieht es ein bisschen heller aus aber mal schauen was her zieht so richtig wir hoffen dass wir noch 1-2 Stunden machen können und heute Abend werde ich die Fische noch schuppen und ausnehmen und dann komme ich aber erst Montag dazu den Sud anzusetzen die zu braten dann lege ich sie sauer ein das wird lecker freue ich mich jetzt schon drauf vielleicht fange ich auch noch 2-3 ich werde ja am Ende was abgeben meine Frau natürlich die Kinder der Pfad mal gucken oh freue ich mich da schon drauf geil schöne Bäm dazu oder frische Bäckersemmeln mit der Zwiebel obendrauf herrlich wir versuchen es weiter ja Freunde der Hechtpose dümpelt hier noch vor sich rum Stippe habe ich jetzt schon zusammengepackt wir hatten Glück mit dem Wetter aber beim Andy blieb der Fisch bisher aus also er hatte heute am Anfang einen kleinen Barsch der Method wollte heute überhaupt nicht aber so gar nicht wir packen jetzt zusammen dasselbe Spiel wie immer wenn da was passiert gibt es ein Foto oder kurzes Video hinten ran wir hatten einen geilen Angeltag das waren jetzt wie viele Stunden? 9 oder so? na jedenfalls war es und jetzt düsen wir Heben ich habe sieben Küchenfische die mache ich heute schon fertig morgen sind wir wieder unterwegs mit dem Jens mit dem Alex da gibt es wieder schönen Spaß und da machen wir es uns jetzt betet der Heben noch bitte schick ja weil wir müssen morgen bei Zeiten raus Freunde richtig morgen wird es wieder ein langer langer Angeltag oh ja sehr lang aber ich freue mich war ein geiler Tag ich auch vielen Dank fürs Zuschauen jawohl bis zum nächsten Mal tschüssi Freunde tschau Kinder denkt dran wenn ihr ins Wasser fahrt und ordentlich angeln wollt vergesst niemals niemals eure Wassermelone riecht das wanderst dis Müllers riecht riecht schön macht es da Alex gerade fertig mit dem Livestream es ist wie verhext gerade fertig mit dem Livestream Also vor fünf Minuten glaub ich, ne, hab ich das Handy ausgemacht vom Livestreamen. Spritzer. Also doch die Abendstunden. Willst du einen längeren Kescher? Alex oder den Kescher? Aber so ein ganz kleiner Spritzer erscheint es aber auch nicht so. Nett? Schade. Stimmt, aus der Nähe sieht er gar nicht mehr so groß aus wie von hier drüben. Diesmal lassen wir es wieder beloven, jetzt beißt ihr weiter. Der Stream ist gerade vorbei. Der Stream ist gerade vorbei. Der Stream ist gerade vorbei, das gibt es nicht. Nimm sie mit vorne mal. Und hier rennt der Köderfetzen weg. Nimm sie mit. Ich bin Kescher. Ich bin Kescherfrau. Wir warten hier. Wir warten hier. Ja, ja. Soll den ruhig dann richtig schön nennen. Nimm es da nicht schon an Flüste da an. Hast du ein dünneres Stück oder wie war es denn? Dünnes, ja. Hm. Scheine noch zu schlucken. Oh, du hast mir geträgt. Trotz schlucken lassen. Genau. Guck mal den ruhig drüber, dass du hier drüber redest. Noch besser. Gibt nenne. Das war jetzt die Nummer vier heute. Das gibt doch nicht. Das vierte mal? Das gibt doch gar nicht. Wahrscheinlich. Ich zieh ihn hoch, dass er sich unten in die Äste setzt, wenn was dran ist. Na gut, er zieht aber dann schon in der Ecke. Kann nur sein, dass du nicht. Was sagst du? Nein. Das gibt es nicht. Das vierte Mal. Haben wir wieder die Spuren drin? Das ist doch nur Zander. Das ist doch nur Zander. Das ist doch nur Zander. Da greift nur bis hier her. Und da oben ist der Haken. Da hat einfach den Haken nicht drin. Noch länger warten, bis der Haken geschluckt hat. Wir haben doch schon lange gewartet. Petri! 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 Schönen Tag!